Wir hatten doch was kaputt gemacht, was ich gerade mitkrieg. Ja, erstmal. Aber guck mal, ich habe ja da schon den Gang gebaut. Ich mache da dann keine Lagerschränke, wie da oben dazwischen. Da kommt lediglich noch so ein Sauerstoff-Ding dazwischen, dass ihr Luft habt, wenn ihr da schläft. Gut, du hast ja woanders das Bett, aber ja. Können wir auch schon mal gleich mit anschließen. So, da leiden die Kabel. Wer hat dann da Sache kaputt gemacht? Da sind die Kabel kaputt. Und wenn das nicht repariert wird, dann bringt das auch nichts, dass ihr da abstrampelt. Ihr Laden bringt ja nicht auf. Ich brauche da mal jemand, der das Sache repariert. Duplikat... What? Warum? Fauxi... Ähm... Fauxi, wie frisch bist du jetzt in die Kolonie gekommen? Ziemlich frisch, oder? Du bist mir verhundert. Wieso? Die Riegelproduktion... Ich habe doch die Pflanze um... Aha! Fauxi... 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 Ja, warum wird denn das nicht repariert? Ich habe das auf 9 gestellt. Priorität 9. Das hier. Reparieren. Aber 1 los ist auf 9. 1 muss laufen. Schon wird nicht geforscht und nichts. Die Wasserversorgung läuft nicht mehr und so weiter. Overlay für die Stromkabel. Oben rechts. Sieht man das? Ne. Das ist der allerweilste Recht. Und doch, das sieht man. Bericht. Stromverbrauch. Vitalwerte. Sättigung geht es eigentlich auch noch gut. Foxy hat es unglücklicherweise erwischt. Ernährung wird alles gefuttert. Foxy hat es bald zu Ende. Ich habe nichts für Kabel. Und jemand Neues. Wow. Ähm, sehen wir den Namen drauf. Oh. Schwupps, da ist sie wieder. War nie was passiert, oder? Was hat ein Foxy an sich? Oh, Schwuppler. Das war der verkehrte. Ähm, Foxy für einen Job gehabt. Koch, oder? Gut, das ist die jetzige Foxy nicht. Koch ist die jetzige Foxy nicht. Sieh, wir könnten A kochen. Okay, wir könnten so ein Koch-Tricker. Da kann man mal kauen. Seele. Seele. Fahr auf Seele verputzen. Seele putzt. Freize sicher, wenn sie es mitkriegt. Na, Putze haben wir noch niemanden hingestellt gehabt. War gut, ne? Ich habe auch nicht, ähm, dass jemand jetzt hier, ähm, rum erbrecht oder so. Das hatte ich alles in der Erstkolonien hier gar nicht. Ähm. Das ist passiert, Foxy. Aber... Jetzt muss ich suchen. So. Seht ihr so? Da. Du bist schon wieder geboren. Wir haben neue Sachen gelernt. Herzreiniger tötet eine große Anzahl an Keimen auf Erzen. Was war das? Brauch. Luft. Erfrischer. Ah. Okay. Ah. Und die Luftschleuse ist endlich da. So. Jetzt machen wir zu. Überall machen wir zu. Also. Jetzt machen wir zu. Ja. Ja. Und die Luftschleuse mattress. Dann. Dann. Und die Luftschleuse. Dann, dann. 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 da geht schmutzige luft hin da ist schmutzige luft da habe ich okay sauerstoff doch da oben da habe ich zugemacht jetzt mal alles mit strom versorgen was passiert wenn der strom nicht fließt gehen dann die türe nicht auf das wäre kacke kann ich so dass du überbringst immer dann so dann muss ich hier mit ziegel verdichten dass du da mal wirklich zu ist gut machen wir weiter was ist jetzt passiert mensch kai jetzt geht es los jetzt stirbt in der normale forschung abgeschlossen wir waren die große batterie die die haben haben und dann ist doch alles repariert was soll ich drückte und wird auch nicht hier steht es schon auf 9 es wird nicht gemacht defekt ja ja neuen hammers stehen verbinden mann Ah, Silvan, der Elektriker. Tada. Der Elektriker. So, ich mach die Laufräder wieder auf 9. Wieder 7. Ich guck gleich, wer es ist. Wow. Wow. Also Silvan war echt nicht lang bei uns. Mann, 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 Mann. Warum sterben alle Neue weg? Das sind die Außenseiter. Ihr habt sie nicht arg genommen. Ihr mögt die Neue nicht, ne? Wir akzeptieren sie nicht in eurer Kolonie. Die Neue haben noch nicht ums Überleben gekämpft, ne? Störfaktor. Oh, hier habe ich keine Luftzuführer. Doch, Dome. Gleich reicht das Vetterofen. Oh, Doki, ja, ne. Das reicht Vetterofen. Mensch, ich bin so auch nicht gedeckt. Wir machen Dome noch zu. Gibt noch etwa Triniebasse. Wenn ich der Ebi ihr Grab stelle, dann mache ich da mal weg. Und die kommt auch da nur noch. Das war die Frage, da muss ich dann Leicheschändung machen und die Leichte rumtraue, oder ist die Leiche einfach weg? Das wird schon mal gleich gereinigt. Nö, ich habe keine Leiche mehr. Doch, es gab nie Beweise, dass mir Emi weggestorben ist. So, jetzt ist das Ding hier. Landwirtschaft. Erfahrener Landwirt. Gut. Berufe. Landwirtschaft. Wen hätten wir? Frei? Niemand, ne? Wir sind alle beschäftigt, ja. Was, Emi? Nö, 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 nö. Es ist nichts passiert, Emi. Alles gut, du bist noch, du bist noch am Leben, oder? Also, Emi Junior, ne? Wo ist Emi? Ich brauche Emi Junior. Wusel, 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 wusel. So, da wuselchen. Alles gut. Ich habe jetzt diese Schutztüre. Ja, Emi, ich habe hier die Kai und die Sieler-Liege. Und hier oben ist man, ist Voxig gestorben. Aber da habe ich jetzt auch schon Voxig Junior wieder gerade Klettricks. Ja, also die Sterberate geht langsam hoch. Aber die macht Klettricks in der Runde. War schon abgeschlossen. Was haben wir Neues? Die dicke Batterie hier. Das heißt, ich baue jetzt alle Batterie ab. Und, wo ist denn das Ding? Und setze dann sofort Neue. Gut. Die Zerlehe, die Zerlehe, die Zerlehe. Und dann warte ich erst mal. Dann setze ich hier die Neue. Und dann zerlege ich wieder zwei und setze die Neue. So, Forschung brauchen wir dann ein neues Ziel. Medizin, wenn er krank wird. Gesundheitsversorgung. Filter. Lüftung, Reiniger. Das wäre dann das, was ich brauche. Hast du jetzt, Mensch, oder? Oder soll ich Wasser und Gas? Handelt Wasser im Sauerstoff um Wasserstoff. Also aus Wasser Sauerstoff Gewinne. Es wäre halt schon geil, wenn wir so Geysir finden. Benutzt Wasser, um Kohlenstoffdioxid auf der Luft zu filtern. Es wäre echt geil, wenn wir so Geysir finden. Vielleicht. Oh, werde ich doch endlich mal gebohrt. Geysir finden, wenn wir so Geysir finden. Bis zum nächsten Mal.